Hallo und willkommen zu einem neuen Video von mir aus meiner Reihe Tipps zum Eventstart. Dieses Mal soll es um das Halloween-Event 2023 gehen und es hat ein brandneues Minigame. In meinem Video soll es darum gehen, wie ihr das Minigame sehr effizient spielen könnt. Es baut auf einem Video von FOE-Tipps auf, in welchen die Grundfunktionen bereits sehr gut erklärt werden. Im Beschreibungstext unter diesem Video verlinke ich diesen Kanal. Falls ihr noch keine Erfahrung mit dem Event habt, dann empfehle ich euch, erst einmal dort vorbeizuschauen. Es gibt ein paar Dinge, die ihr in diesem Event täglich machen solltet. Dazu gehört, jeden Tag die Zusatzszene der Hexe einzusammeln über die tägliche Quest. Das habe ich hier bereits getan, deswegen kann man das hier nicht mehr sehen. Zweitens solltet ihr die tägliche Herausforderung möglichst jeden Tag abschließen, um hier einige Zusatzschlüssel zu bekommen. Drittens solltet ihr auch täglich eure Ereignisse durchsuchen, um zu schauen, ob ihr hier zusätzliche Szene, die Eventwährung, erwerben könnt. Viertens solltet ihr jeden Tag eine goldene Kiste über die goldenen Schlüssel öffnen, da sie einmal täglich verdoppelt wird und euch dann 48 neue Totenköpfe näher zum Hauptpreis des Events bringt. Fünftens gehört es speziell in diesem Event dazu, dass ihr jeden Tag alle drei Dungeons spielt. Dass ihr die Questreihe abschließt, gehört wie in jedem Event selbstverständlich auch dazu. Das Minigame ist unabhängig vom Tagespreis. Ihr könnt darauf warten, bis ihr den Preis habt, den ihr euch gewünscht habt und erst dann beliebig viele Kisten einsammeln. Vergesst nicht, am Eventende eure verbleibenden Schlüssel alle auszugeben und außerdem nicht eure verbleibenden Szene in den Dungeons zu verspielen. Ihr erinnert euch, dass ich erwähnte, dass ihr täglich drei Dungeons spielen solltet. Wählt dazu die drei kostenfrei ohne zusätzliche Szene zu erwerbenden Decks, die ihr zur Verfügung habt. Außerdem solltet ihr diesen Tipp hier oben beachten. Der Tipp empfiehlt in diesem Fall, die Zombie-Karten zu wählen, um gegen die Wehrwölfe zu bestehen. Weiterhin solltet ihr schauen, dass ihr genügend Szene zur Verfügung habt. Ich habe pro Dungeon zwischen 4 und 500 Szene verbraucht. Manchmal bin ich günstiger bei weggekommen, manchmal hatte ich Pech und brauchte mehr Szene. Ihr solltet also einen gewissen Puffer einrechnen. Starten wir also ein Dungeon mit dem Zombie-Deck unter idealen Bedingungen. Nehmt euch an dieser Stelle Zeit und durchdenkt eure Schritte. Ihr wollt unter diesen Bedingungen das Dungeon komplett abschließen und alle elf Karten des Gegners besiegen. Ich habe in diesem Fall eine ein wenig zu starke Karte auf der Hand. Der Gegner hat nur einen Lebenspunkt und ich möchte diese Wehrwolf-Karte lieber zurückhalten, um sie später gegen Vampire ausspülen zu können und Zusatzschaden zu machen. Zudem sollte ich, da ich ein Zombie-Deck gewählt habe, genügend Zombies und darunter auch Schwache zur Verfügung haben, die besser geeignet sind. Ich drücke also Redraw und lege diese Karte beiseite. Anders als es im FOE-Tipps-Video zu sehen war, wurde das Redraw günstiger und verdoppelt sich nun nur noch im Preis. Die drei Karten, die ich nun zur Verfügung habe, sind leider auch nicht wirklich geeignet, um diese erste schwache Karte zu besiegen, da sie alle viel zu stark sind. Insbesondere den Rotten One, den Verrotteten, möchte ich zurückhalten, um gegen die immer stärker werdenden gegnerischen Karten mit ihm zu kämpfen. Ich drücke also erneut Redraw und lege auch diese drei Karten auf die Seite. Auch diese drei Karten sind nicht ideal. Die Fledermaus möchte eh nicht einsetzen, da sie Zusatzschaden von der Gegnerkarte erhalten wird. Außerdem haben wir auch in diesem Dreiergespann wieder einen Rotten One, den ich aufbewahren möchte für später. Also werde ich Twinbees wählen, obwohl ich mir eigentlich aus dem Deck eher eine kalte Hand gewünscht hätte, die besser geeignet wäre und schwächer und trotzdem stark genug, um den Gegner zu schlagen. Ich nutze Twinbees und greife die gegnerische Karte an. Wir bekommen die zweite Gegnerkarte und setzen aus den gleichen Gründen wie zuvor den Rotten One hier nicht ein und drücken erneut Redraw. Wir bekommen drei neue Karten, welche wieder nicht ideal sind, um die gegnerische Karte zu schlagen. Das Wolfsjunge besiegt die Gegnerkarte nur zu 50%, da sie ein bis zwei Schaden macht und der Gegner in diesem Fall zwei Lebenspunkte hat. Diese Twinbees-Karte ist nochmal stärker als die, die ich zuvor eingesetzt habe und ich würde sie lieber aufbewahren für spätere Kämpfe. Die große Fledermaus würde Zusatzschaden bekommen, da sie gegen Wehrwölfe besonders schwach ist. Ich ringe mich jetzt dazu durch, trotzdem Twinbees einzusetzen und besiege die gegnerische Karte damit sicher. Im dritten Kampf steht uns ein Nachzehrer mit drei Lebenspunkten gegenüber. Es wäre eigentlich gut, hier einen Wehrwolf einzusetzen, da dieser Zusatzschaden gegen Vampire wie den Nachzehrer austeilen würde. Allerdings haben wir nur sehr wenige Wehrwölfe im Deck und diese sind zudem, wie dieses Wolfsjunge, auch zu schwach, um den Gegner sicher zu besiegen. Mit dem Zusatzschaden würde das Wolfsjunge gerade einmal zwei bis vier Schaden machen und der Nachzehrer hätte immer noch eine Chance zu überleben. Wir wählen also die vorhandene große Fledermaus und greifen mit dieser an, da sie auch zwei bis drei Schaden austeilt und mit etwas Glück den Gegner besiegt. Leider hat dies nicht geklappt. Wir haben eine weitere Fledermaus auf der Hand, welche ausreichen würde, um den Nachzehrer zu besiegen. Ich werde diese einsetzen, da es recht unwahrscheinlich ist, dass ich eine weitere schwache Karte erhalte, wenn ich jetzt Redraw drücken würde. Als nächstes können wir Fähigkeitskarten wählen. Diese Möglichkeit bekommt man nach der dritten, fünften, siebten und neunten besiegten Gegnerkarte. Die beste Karte im Spiel, Thief oder Dieb, haben wir hier zur Verfügung und ich würde diese wählen, da sie uns ermöglicht, Schlüssel und Kisten zu stehlen. Außerdem werde ich Frenzy wählen, da man hier mit der Opferung von nur einem Lebenspunkt einen großen Schaden an den Gegner austeilen kann. Die Heilung würde ich nicht grundsätzlich ausschließen, so wie es FOE Tipps getan hat. Allerdings ist diese Karte mit sechs wiederhergestellten Lebenspunkten noch zu teuer und daher würde ich sie zu diesem Zeitpunkt nicht kaufen. Die vierte Gegnerkarte würde unserem Wehrwolf mächtig Zusatzschaden bereiten. Daher drücken wir an dieser Stelle Redraw und hoffen, eine besser geeignete Karte zu bekommen. Die Karte Frenzy hätte gute Chancen gegen die Karte des Gegners. Gegen das Opfer von einem Lebenspunkt würde sich der Twinbee in diesem Fall zweimal selbst angreifen und dabei vier, sechs oder acht Schaden machen. Bei vier Schaden wäre es nicht genug und er würde den Kampf noch überleben. Eigentlich halte ich die Karte Frenzy für zu gut, sie jetzt schon einzusetzen. Die Schwarze Katze wäre okay, sie würde aber die Twinbees Karte nicht sicher besiegen. Wir müssten danach also definitiv noch einmal angreifen. Das Wolfsjunge sollten wir wiederum nicht einsetzen, da es massiven Zusatzschaden bekommt. Ich entscheide mich an dieser Stelle für die Schwarze Katze, um die Frenzy-Karte noch aufzuheben und wir bekommen nun zwei bis vier Schaden. An dieser Stelle sind wir runtergefallen auf drei Lebenspunkte. Was für uns ein guter Punkt ist, um unsere Lebenspunkte aufzufrischen, das können wir machen mit dem günstigsten Heilungstrank für 85 Zähne. Da die Hexenkarte All-Seeing erneut zu stark ist, werden wir an der Stelle wieder Redraw drücken. Wir müssen nur noch zwei von fünf Lebenspunkten des Twinbees besiegen und wir haben noch jede Menge andere Karten zur Auswahl. Hoffen wir, wir bekommen eine bessere. Die Diebeskarte einzusetzen, macht an dieser Stelle noch nicht viel Sinn. Sie ist die beste Karte im Spiel, allerdings nur, wenn sie gegen den Endboss eingesetzt wird, um dort die Preise zu stehlen. Das Wolfsjunge werden wir nicht einsetzen, da es wieder Zusatzschaden bekommt. Und die Fledermaus ist die am besten geeignete Karte an dieser Stelle. Denn sie macht Zusatzschaden gegen Zombies und dieser Karte damit einen Schaden von zwei bis vier, was ausreicht, um sie zu besiegen. Erneut machen wir bei dieser kalten Hand Redraw, um diesen Zusatzschaden nicht zu erhalten. Unter unseren drei Wechselkarten ist der Dieb ungeeignet. Twinbees würde Zusatzschaden erhalten und uns steht eigentlich nur der Wehrwolf zur Verfügung. Dieser macht Zusatzschaden gegen den gegnerischen Algool und ist daher ganz gut einsetzbar. Er wird ihm zwei bis vier Schaden machen. Setzen wir ihn ein. Mit der kalten Hand müssen wir wegen des Zusatzschadens erneut passen. Unter unseren drei Wechselkarten sind zwei Zombies, die wir wieder nicht einsetzen können wegen des Zusatzschadens. Daher nehmen wir jetzt die Frenzy Karte, die eigentlich ein bisschen zu gut ist, um ihn zu schlagen. Wir können nun erneut Fähigkeitskarten wählen. Wir lernen zwei neue der insgesamt sechs verschiedenen Karten kennen. While Renewal und Soulseaver. Thief können wir wieder direkt wählen als beste Karte und haben dann noch zwei andere zur Auswahl. Soulseaver ist eine der schlechtesten Karten, denn sie reduziert lediglich das Leben des Gegners auf die Hälfte. Während While Renewal fünf Schaden macht und gleichzeitig noch vier Lebenspunkte wiederherstellt. Da nur der Endboss mehr als zehn Lebenspunkte hat, ist While Renewal in fast allen Fällen besser als Soulseaver. Von daher nehmen wir an der Stelle Thief und While Renewal. Wichtig, die While Renewal Karte ist im ersten Kartenauswahl noch schwächer. Ja, sie hat dann weniger Lebenspunkte wiederherstellung und macht auch weniger Schaden. Meistens lohnt es sich an der Stelle nicht, While Renewal zu kaufen. Da wir den Nachzehrer nicht bestehlen wollen, machen wir Redraw. An dieser Stelle können wir auch diese zweite Diebeskarte nicht einsetzen und wir haben zwei Zombies zur Auswahl, die jeweils Zusatzschaden bekommen würden. Wir machen also erneut Redraw. Die gerade erworbene While Renewal Karte ist hier ziemlich ideal, da sie dem Gegner seine vollen Lebenspunkte stiehlt mit fünf Schaden und uns gleichzeitig vier Lebenspunkte wiederherstellt. Die beiden anderen zur Verfügung stehenden Karten sind Zombies und daher können wir sie wegen des Zusatzschadens nicht wirklich einsetzen. Wir wählen also While Renewal und besiegen die gegnerische Karte. Auch diesen Werwolf wollen wir nicht bestehlen, also wählen wir Redraw. Die Thiefkarte setzen wir hier nicht ein und den Rotten One wollen wir noch zurückhalten für die letzten gegnerischen Karten. Wir nutzen also die kalte Hand und der Gegner erhält zwei bis vier Schaden dank des Bonuses. Das schwache Wolfsjunge, was wir nun auf der Hand haben, reicht aus, um den einsamen Wolf zu besiegen. Wir bekommen keinen Zusatzschaden und machen zwei bis drei Schaden. Das ist in Ordnung. Greifen wir an. Hier lernen wir nun die letzte der sechs Fertigkeitskarten kennen. Madness ist die schwächste von allen Karten, denn sie ist nur ein Viertel so gut wie Francie. Sie zwingt nämlich den Gegner dazu, sich nur mit der Hälfte seiner Angriffskraft anzugreifen, im Gegensatz zu Francie mit der doppelten Angriffskraft. Dafür nimmt man auch das Opfer von einem Lebenspunkt gern in Kauf. Madness würde ich eigentlich immer abraten zu kaufen. Es gibt eigentlich nur eine Möglichkeit, wo ich zu Madness raten würde. Und das wäre im Fall, dass man das Dungeon fast zu verlieren droht, weil einem die Karten ausgehen. Dann hätte man mit Madness eine weitere Karte zur Verfügung, mit der man angreifen kann und kann das Dungeon vielleicht noch für sich entscheiden. Achtet bitte darauf, bei Madness und Francie, beides bedeutet ungefähr sowas wie Wahnsinn. Schaut auf die Symbole, nicht dass ihr euch in der Karte vergreift, wenn die über deutsche Übersetzung kommt. Ich wähle an der Stelle Thief und Francie. Bevor wir nun weiterkämpfen, müssen wir zunächst unsere Lebenspunkte wieder auffüllen. FOE-Tipps erwähnt in seinem Video, dass Gegner ab 5 Lebenspunkten nur noch mit 2 Angriffen geschlagen werden können. Dieser Rotten One beweist in diesem Fall das Gegenteil und macht dank des Bonuses von 3 diesem Alpha Wolf 6 bis 8 Schaden und besiegt ihn damit sicher. Es zahlt sich also aus, gute Karten für später aufzubewahren. Da wir noch nicht beim Amp-Boss angelangt sind, machen wir bei diesem Deep Redraw. Nach diesem Redraw haben wir erneut 2 Karten zur Verfügung, die den Gegner sicher schlagen. Francie würde den Schaden, den er sich selbst macht, verdoppeln und damit mindestens 6 Schaden anrichten. Der Rotten One würde dank des Bonuses mindestens 7 Schaden auf ihn machen. Thief setzen wir nicht ein. Wir wählen den Rotten One und bewahren uns Francie später auf. Zu beachten ist, dass wir an der Stelle ziemlich gut dastehen. Wir haben jetzt nach der Wahl dieser Karte noch 10 Karten im Deck und 11 Lebenspunkte und schauen jetzt, ob wir 3 oder 4 Schaden durch den Alpha Wolf verhalten. Da wir noch 10 Karten auf dem Deck haben und 7 Lebenspunkte übrig behalten, würde ich hier lediglich Thief wählen, um nicht zu viele Karten am Ende übrig zu behalten. Die Heilung ist hier sehr stark mit 10 Lebenspunkten. Sie wäre, anders als FOE-Tipps in seinem Video aussagt, für 50 Zähne sehr günstig zu haben, denn wir erinnern uns, der große Heiltrank kostet 85 Zähne. Da wir aber noch 7 Lebenspunkte übrig haben, würde ich für die letzten beiden Karten lieber auf die Karte verzichten. Für den vorletzten Kampf ist mir das Wolfsjünger zu schwach, daher wähle ich Redraw. In den erhaltenen 3 Tagen gibt es 2 Diebe. In der Mitte gibt es die Seherin, eine Hexe, die einen ganz guten Anfang machen würde gegen den Alpha Wolf. Sie würde 3 bis 5 Schaden machen. Der Alpha Wolf macht uns 3 bis 6 Schaden. Wählen wir die Hexe und greifen an. Der Wolf fügt uns die vollen 6 Schadenspunkte zu. Wir bereuen an der Stelle etwas, dass wir die Heilungskarte nicht gekauft haben, denn um den nächsten Kampf zu überstehen, müssen wir noch einmal 6 Schaden aushalten können. Wir könnten an der Stelle Francie nutzen für nur einen Lebenspunkt und würden das überleben. Der Wolf würde sich selbst töten. Allerdings ist diese Francie die letzte Karte, also die letzte Francie-Karte in unserem Deck und von daher würde ich sie lieber für den Endboss übrig behalten. Also mache ich an der Stelle noch einmal Redraw. Wieder haben wir 2 Diebeskarten im Wechseldeck und in der Mitte einmal Twinbees. Twinbees ist dank des Bonusses gegen Wehrwölfe stark genug und bevor wir angreifen, müssen wir allerdings unsere Lebenspunkte wieder auffüllen. Denn der Wehrwolf macht wie gesagt bis zu 6 Schaden, wir brauchen also mindestens 7. Wir haben noch 2 und können für preisgünstige 45 Zähne 5 Lebenspunkte wieder auffüllen, was uns in diesem Fall ausreicht. Wir wählen Twinbees und kämpfen. Der Wehrwolf macht erneut 6 Schaden. Nun stehen wir vor dem Endboss, der gewaltige 11 Lebenspunkte hat und auch einen deftigen Preis zu bieten hat. Ein Bronzenschlüssel, 2 Silberne und 3 Goldene. Und dazu gibt es noch eine Kiste mit jeder Menge schöner Preise. Und jetzt machen wir das, was wir eigentlich mit den Thiefkarten die ganze Zeit schon machen wollten und zwar stehlen. Wir machen an der Stelle Redraw, wählen uns die erste Thiefkarte, benutzen sie. Wir machen Redraw, wählen uns wieder eine Thiefkarte, benutzen sie. Erneut machen wir Redraw, wählen die Thiefkarte und nutzen sie. Wir machen noch einmal Redraw, wählen die Thiefkarte, benutzen sie. Wir konnten ihn jetzt 4 mal berauben und haben dadurch jede Menge Schlüssel ergattern können und jede Menge Kistenpreise. Das lohnt sich, deswegen sind die Thiefkarten so wichtig. Nun wollen wir uns natürlich ein letztes Mal die Truhe holen und die schönen Schlüssel dazu. Dazu müssen wir den Endboss schlagen und mein Plan war, an dieser Stelle die Frenzykarte einzusetzen, damit sich der Endboss selbst 8 bis 12 Schaden macht und vielleicht sogar schon beim ersten Angriff tötet. Da dies allerdings nicht sicher ist, brauchen wir noch einen weiteren Lebenspunkt, um das Ganze hier zu überleben, da wir einen Lebenspunkt opfern müssen, um mit Frenzy anzugreifen. Zunächst brauchen wir allerdings erstmal die Frenzykarte, deswegen machen wir Redraw. Da ist sie auch schon, wir hatten Glück, wir wählen sie aus und holen uns jetzt einen weiteren Lebenspunkt für 10 Zähne und greifen an der Stelle an. Er macht sich ganze 11 Schaden und stirbt dabei. Wir hätten die 10 Zähne gar nicht einsetzen brauchen, denn, ganz wichtig, beim Endboss dürft ihr sterben, wenn der Endboss auch stirbt. Den Preis gibt's, sofern der Endboss stirbt. Ob man selbst dabei stirbt, ist egal. Wichtig ist jetzt an der Stelle auch noch, dass ich nicht das bekommen habe, was hier unten steht. Ich habe ganze vier zusätzliche silberne Schlüssel bekommen und das liegt daran, dass ich noch Karten übrig hatte. Wenn ihr hier in der Ecke guckt, seht ihr, dass ich vier Karten noch übrig hatte und das waren vier Monsterkarten. Vier Monsterkarten übersetzen sich am Ende in vier silberne Schlüssel. Pro Monsterkarte kriegt man nämlich einen silbernen Schlüssel und pro Fähigkeitskarte einen goldenen Schlüssel, wenn die am Ende noch übrig sind. Was ich an der Stelle vermitteln wollte, ist, dass ihr wisst, dass ihr gegen den Endboss nicht mehr Lebenspunkte braucht als notwendig. Gebt also hier nicht sinnlos 10 Zähne aus, ihr dürft sterben. Außerdem empfahl FOE-Tipps in seinem Video noch immer zwei Karten bei der Kartenauswahl zu kaufen und ich sage da eher, kauft nur das, was ihr braucht. Wenn ihr am Ende ein, zwei Fähigkeitskarten übrig habt, dann bekommt ihr zwar ein, zwei zusätzliche goldene Schlüssel auch, aber es lohnt sich meiner Meinung nach mehr, die Zähne am Ende übrig zu haben, die ihr nicht ausgegeben habt für zusätzliche Karten und damit noch ein weiteres Dungeon zu starten. Denn über das Dungeon hinweg bekommt ihr ja insbesondere mithilfe der Frenzykarte noch viel mehr Schlüssel. So, ich habe jetzt noch einmal alle Zahnausgaben zusammengerechnet und bin über das Dungeon hinweg auf 475 Zähne gekommen, die ich ausgegeben habe. Das liegt also in dem Schnitt von 4 bis 510, die ich vorher gesagt habe, die man pro Dungeon verbraucht. Wie sieht es denn nun aber aus, wenn ihr für euer Dungeon nicht die richtigen Konditionen habt, wenn ihr beispielsweise zu wenig Zähne habt, um 400 bis 500 einsetzen zu können, aber ihr noch ein Dungeon offen habt, was ihr spielen solltet pro Tag, oder wenn die Empfehlung nicht mehr stimmt. Wir haben jetzt hier zufälligerweise noch ein Wehrwolf-Deck, aber wir können ja trotzdem so spielen, als hätten wir die Empfehlung nicht oder nicht mehr in die genügend Zähne. Wie machen wir dies? Ich wähle das Deck, starte das Dungeon. Das ist jetzt auch ganz einfach, denn das Ziel ist jetzt einfach durchzuspielen, so lange bis wir sterben. Und wir berücksichtigen jetzt einfach überhaupt nicht, was wir an Lebenspunkten haben und setzen überhaupt keine Zähne ein, sondern kämpfen einfach nur immer weiter und weiter, bekommen zusätzliche Schlüssel und zusätzliche Preise. Die würden wir eben nicht bekommen, wenn wir das Dungeon einfach nicht spielen würden. Die Thiefkarte brauchen wir hier jetzt nicht kaufen, weil am Ende werden wir eh nichts plündern. Wir können vielleicht nochmal Lebenspunkte heilen, wenn wir ganz viel Glück haben und die jetzt bekommen. Das ist nicht der Fall. Schauen wir mal, ob wir gegen den Lonewolf noch überleben. Er macht uns jetzt vielleicht vier Schaden, dann war es das auch schon. Wir leben noch. Und jetzt schlagen wir zwar den Lonewolf, aber sterben auch. Damit kriegen wir noch den Preis vom Lonewolf. Das ist so ähnlich wie beim Endboss, aber das Dungeon ist jetzt an der Stelle auch beendet. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über ein Like oder ein Abo. Besucht auch gerne meinen Twitch-Kanal. Da habe ich in letzter Zeit sehr viel Forge of Empires gestreamt und diese ganzen Details hier zum Halloween-Event herausbekommen. Dann war es das soweit. Ich wünsche euch viel Erfolg beim Halloween-Event und sage bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.